Das Problem ist, ihr seid fast auf 1.11 Uhr. Na gut, ihr habt einen Truheur angesiedelt, denn ihr habt Gründen voll machen. Ansonsten hätte ich gesagt, du kannst hier nie einen Pernwort anscheißen. Aber du gehörst ja selber zu dieser Kassi-Vereinigung. Beim Waxan Chong ist mir gestern wieder auf die Eier gegangen. Das ist übrigens alles auf Video, ne? Dieser langtämliche Sackdähe. Für dich hat er keine Anstände für Rückkarte, wo man oben zur Russen in den Häusern reinkommt. Bist du das auch schon wieder? Der Städtenmutter gestern da. Ja, wir haben uns so getroffen. Wieso willst du das auch schon wieder? Meine Stadt, meine Vereinigung. Ja, das ist eine Frage. Ey, du tust dich nicht auch noch vor mir spazieren. Nein, das geht echt nicht. Meine Stadt, meine Vereinigung. Das hast du gesagt. Das würde ich zum Beispiel eigentlich nicht. Wurde man das eigentlich alles auf Video? Ja. Oh ja, dann. Schöne Grüße. Das blödige Quatsch. Das hast du nicht überlegt. Bist du da also geguckt, sich das Spiel gleich nochmal anzugucken? Ja, ich muss ehrlich sagen, das habe ich schon nicht gemacht. Naja. Ich bin vielleicht nicht ganz ehrlich genug. Es ist ja schön, dass es sowas gibt. Da kann man jetzt verpflichten. Was ist das? Der Mann hat ja seine Haare vor. Ja, der inne hat sich noch den Schreck. Da kann man jetzt verpflichten. Hier, das ist schon ein Schirr. Ja, das ist auch ein Schirr. Ja, und das ist auch ein Schirr. Da kann man jetzt verpflichten. Das ist ja auch ein Schirr. Aber dem auch. Seid lieb zu dem. Wir tun uns jetzt wieder wieder verfallen. Und das ist dann der Frauenkirrie, oder? So. Ach du, genau der Person, der ging ja überhaupt nie. Ich würde mich verarschen, der Bordel spielt zentrales Foto-Tel. Jawohl, ja. Ich löse ihn in der Zentrale, kann es aber am wenigsten kaputt machen. Ne, da sind aber noch viele drüben, aber hier, wie das läuft. Aber Moment, da müssen wir den Bier immer gegen die Rüste. Das ist verdächtig, das ist verdächtig, das ist noch näher, genau. Ne, das ist doch unfair. So, das ist ja noch ein bisschen zu zünder. Der ist jetzt, der ist jetzt der Sitz. Ja, weiter! Der ist jetzt der Sitz! Gold, Gold, Gold. Letzte Woche haben wir schon mal nachher guckt. Der hat noch mal den was um? Einstatt, Gord jetzt! Der letzte Woche ist ja was, aber auch. Der letzte Woche ist ja wohl nicht. Ja, das ist der Moment. Gold, Gold auch. Wo bist du? Wo bist du? Nicht im Bundesland, nicht im Bundesland. Scheiße. Wird doch nichts. Du sollst hier ordentlich füllen und dir nicht einen Rache vollschieben. Das wäre jetzt kein Beispiel für einen Anton. Das sieht er das nicht. Unfassbar. Erst mit irgendwelchen Assis bei den Eislöwen in Wibraben stürmen wollen, dann sowas. Mann, Mann, Mann. Das ist einer von den Finanzvorständen vom Fendron. Das kann der Wein abgestiegen, heul. Wo ist eigentlich schon Max? Der ist heute nicht da. Hat er da schon vorher gesetzt? Entschuldigung, weißt nicht. Normale Farbe? Toll. Ja, wirklich toll. Ja, ich will. Warum? Ja, das sind Fragen. Wenn die anderen im Roll spielen, können wir nicht im Roll spielen. Ich habe ihm das einfach mal unterbreitet, dass er auf jeden Fall mitkommt. Wenn die anderen hier geworfen, hat er auch verheuchtet. Wenn man endlich den Klaus mal wieder sieht. Ja, das stimmt ja auch. Ich habe ihm das gestern vertügelt. Und ich habe nochmal geguckt. Also die dritte Etappe wird mit 14 Kilometern und 6 Stunden angegeben. Vor, 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 hier. Vor, vor, hier. Vor, vor, hier. Vor, vor, hier. Ja, das ist schon ein bisschen schlanker, bitte. Also das heißt, wir sollten uns schon um 8 treffen. Und da sagte der Klaus um 10, eigentlich kann man schon spät. Ich würde fast fahren um 9. Und ich sag mal, wir haben gestern noch, ihr müsstet euch einfach bloß mal kurz kontaktieren. Und wenn wir euch vielleicht losmachen, dass ihr euch zusammenkommt. Der fährt jetzt so gesehen mit dem Auto. Und ich habe schon gesagt, eigentlich kann er das Auto bei mir vors Haus stellen. Und wir laden schon von mir aus. Was war denn das? Also im Endeffekt würde ich, ich los zum wilden Mann. Und er wüsste, er will es jetzt auf Anhiebniveau und dort hinstellen. Wenn er der Meinung ist, er stellt ihn dort irgendwo hin, was auch völlig in Ordnung ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass es bei mir losgegangen ist. Aber ich habe gesagt, theoretisch kann es... Ja, an der alten Zeiten willen kann man einfach bei dir sterben. Hat er auch gesagt. Ich habe gesagt, du brauchst es gar nicht weiter aus, du würdest es einfach schon besetzt. Ich habe gesagt, theoretisch könnte es das Auto bei mir vors Haus stellen. Das erste, was wir machen würden, ist die Leute, die diese Tour entwickelt haben, anschreiben, dass das so nicht geht und dass es eine kleine Destination wird. Komm jetzt Heino, komm Heino, Juppi, komm hein! Aber wenn wir die durchgeblühten sind, kann man das wirklich machen. Wenn die Ausschilderung so weitergeht, dann ist das ganz normal. Wie geht's jetzt? Bei der letzten Etappe wurde ich ja so... Aber die Ausschilderung ist trotzdem... Schieben! Warte, warte, fernst du, warte! Geh! Geh! Das war so, dass wir in den sächsischen Einwanderung haben. Am Neuen Tag wäre da praktisch vom Reden. Wir haben da Huchitschewaschen über Brotstuch irgendwie, also relativ oben. Schaffen wir es aber noch nicht weiter. Ich dachte, wir laufen nach Odeboil. Ne, ja, Odeboil sind schon. Ich habe praktisch nur mal kurz geguckt, was er angeht. Wenn die vierzehn Kilometer in den Setztrücken angehen, dann haben wir ja schon ganz schön ... ... ganz schön getrunken. Das ist auf jeden Fall jetzt eine wahnsinnige ... Schöne Unterschiede sind es nie groß. Nein, weil er wollte mal seinen neuen Polarisationsfilter ausprobieren. Da kann er vielleicht sogar die Spurreflex mitnehmen. Das war ein schönes Tor. Ich habe es genau drauf. Wir haben jetzt ein paar Stolzen drauf. Na gut. Na gut. Das ist der Wärme, weil wir uns nicht mehr auf dem Rias. Kein Problem. 10 Minuten noch nicht zu Ende. Weiter, komm! Halt! 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 Ja, sorry. Ich sag, wir sind völlig in Ordnung. Seit langer Zeit von mir verlangt, dass ich das mal leise. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das Problem ist, dass in einem Verteidigung jetzt Karl-Barnisch gestürmt wird. Das ist eine ganze Lücke. Das ist nicht so schlimm, weil für die Punkte nicht umgebrochen. Das erwachsen, die werden noch wenig essen. Jetzt ist es eh vorbei. Nein, dann baut man noch um die sinnlosen Truppe. Jetzt schon ganz gerne. Arbeiten! Arbeiten! Okay, geben wir halt. Wenn die eben um Zirch und Haase zwei absolute Bestandkraft ist, ist das schon schwer zu kommen. Ein negativer Niederstand. Wir müssen den Steppen anbinden. Wir müssen den Steppen anbinden. Der Poffel wird zum zentralen Mittelfeld reisen. Mit der jetzt drei Toren macht dann... Ich weiß noch gar nicht, dass wir... Ich nenn den das dann nicht wie viel, aber mit der Mannschaft... RASHA, bleib! RASHA! 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 Wir haben noch nie erlebt, dass du zuhause in denen bist. Weil auch am Beginn des Wochenendes, das ist meine. Der Woche ist ja schon fast natürlich unnötig, aber... Wir haben ja ausgemacht, dass wir alles da gehen lassen haben. Das fällt mir auch auf. Du hast ja recht mit dem Athleten. Naja, aber... Da ist doch eigentlich alles drin. Jetzt muss ich mich drüber sehen. Musst du mehr davon treten, dann merkst du das nicht hoch. Bewegung, Bewegung! Olli, Baum aus der Tasche. Schlapp mich! 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 Ja, nur denkt man nicht noch. Schlapp dich! Schlapp mich! Na, mein Mann! Schlapp mich! Schlapp mich! Schlapp mich! Schlapp mich! Schlapp mich! Hey, Toppen, hey! Hallo! An den nächsten Augenhöhe wird wieder zu sein. Hast du auch noch raus? Wir haben dich zum König oder zum Kassar kommen. Hast du was denn in Nepal oder was? Ich wüsse noch nie, wo ich da sein werde. Ich wüsste noch nicht, wo ich da sein werde. Ich wusste nicht, würde ich auch nachher kommen. Da muss ich jetzt nachher kommen. Nice! Ja, ich würde sagen, wir können ja nächstes Jahr in Spitzung machen, denn nächstes Jahr ist es bei uns so, dass wir ja erst mal 10 Tage an der Ostsee sind, in der Uni. Und dann würde ich meinen Haupturlaub eigentlich machen, dann würde ich meinen eigentlichen Haupturlaub normalerweise so machen wie Ihren dieses Jahr. Ja, ich würde gerne wieder zurück sein, wenn die Ziegenböcke anfangen. Das ist bei meinem Post-System, das ist immer so Mitte September. Also, wenn es bis Ende August los worden wird, ist zum Nutzen. Ja, aber jetzt mussten wir das. Vielleicht muss ja bis jetzt nicht. Nee, kannst du mir mal einen Gefallen geben? Das geht Quatsch hierher, das ist ja nicht halt so. Das braucht ohne Ende. Das braucht man ja schon. Oh. Ja, aber ruhig, weil so lange nicht hier, ihr Müttert schon, dass man daran hat, dass ich nicht hier bin. Auf! Geh, mit, geh, mit! Ja, keiner da! 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 Keiner! Keiner da! Ja, Keith! Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Wenn die Jungen aber wisst, der noch wechselhafter ist und der stabiler ist, aber dieser bestimmt Mann muss sein. Ahhhh! Ist das jetzt jeder Idiot auf oder was? Jeder Volldepp darf jetzt so eine Scheißkamera an die Folgen nehmen oder was? Der Tor wird da raus genommen. Wenn die anderen zum größten Teil wieder da hin, dann könnte ein gleicher Blomberstein spielen und das haben wir dabei. Dann könnte er noch ein bisschen. Wann ist das jetzt? Wann ist das皆? Wann ist das denn? Wann sind die Jungen nicht verbraucht? Wann sind die Jungen nicht verbraucht? Wann ist das jetzt? Wann ist das jetzt? Wenn ich so schlecht bin, jetzt auch keine Ambition habe, dann... ...dann haben wir eine Entscheidung, um da sonst irgendwas zu machen. Dann wär's so... ...und das ist nicht normal. Wahlhalt, Herr Joppy! Wahlhalt! Ich bin da, Joppy! Nein! Ja! Alex! Ja, das wäre doch schön. Ich möchte auch mal zum Protokoll geben, dass ich das nicht... Das soll die alles nicht sagen, ja. Ich möchte noch erwähnen, dass es bei jedem... Seid doch bei ihr eine Familie noch. Warum? Wir können beten nicht dafür. So, Ropi! Ihr werdet nicht! Ihr werdet nicht! Mach raus, Rülkan! Ja! 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 Das ist ja vom ersten Moment an wurzmäßig auf die Eier geschlagen. Ja, es ging mir zuerst auf den Sack, dass er überhaupt nicht spielt. So! Aber dann noch diese Position... Ja! 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 Wow! Ja! 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 Leute, ihr könnt nie durch die Mitte solche Pässe stehen. Raus! Meiner, das ist zu spät zum Ball. Da kommt die Tür. Ja, geht mir vielleicht auf den Tinder. Ja, der Affe. Das ist alles auf dem Video, Mensch. Das ist mir völlig Wurst. Ich kann den nicht leiden. Wir können bieten! Ich befürchte, das schneidest du gerade in die raus. Jetzt macht er eher das Zorn, Matthias. Ist das hier lecker heute. Sind sie eigentlich auf Radebauern? Nee, wo köstet er? Deswegen geht das schnell. Ja, aus dem Pass. Siehst du, das ist sehr schön schwarze Trotten. Es gibt auch noch schwarze Trotten. Hier in der Furcht-Saison sieht er den Schlangen aus. Früher hat er mal angeklagen. Die Zeiten sind da vorbei. Raus! 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 Siehst du, du bist wirklich reich geworden. Früher hat er seine Zähne getrunken, wenn er jetzt hier aufgestanden ist, dann ist das frisch gewesen. Oh, kein Sternenburger. Oh, kein Sternenburger. Was ist denn hier im Sternenburger? Wo warst du denn da? Das sind ja mehrere gewesen. Bei den scheiß Linken. Da gibt es noch Sternenburger wahrscheinlich nicht. Ach, guck mal. Ich hatte auf dem Tisch noch Sternenburger stehen. Und da wurde mir gesagt, auf dem Ecke steht in der Hand. Und? Stand Sternenburger. Stand auch Sternenburger. Nee, Fälschlösschen. Bist du da ein bisschen nicht gekommen? Nee, das stand ja aber auf dem Tisch, da weil wir bezahlen müssen. Du wolltest nie bezahlen, oder was? Ja, doch. Dann verstehe ich nicht, wieso du dann nicht an das Fälschlösschen rangekommen bist. Das habe ich ja nicht gesehen. Zum Anfang. Da brauchen wir zum Beispiel immer bei einer so klein. Okay. Da dachte ich, ich bin mit dem Vorschläser auf Gizel. Das ist es. Aber es bringt ja nicht weiter. Nee, da hast du einfach die Linie beibehalten. Da kann man nichts dagegen sorgen. Wieso hast du keinen Blog, wo du einfach jeden Abend solche Geschichten reinschreibst? Ich? Guck mal, beim Kappa Wesman wenigstens, wo ist er am Wochenende. Bei dir Wesman nüch, dich muss man sagen. Schlimm, oder? Das wie früher auch. Wesman nennt das beim Kappa. Was hat er seinen Blog? Den kenne ich jetzt. Kannst du zum Beispiel schreiben, da kannst du doch auch machen. Am Wochenende. Also ich sag mal so. Das würde mich in einzelnen Urlauben interessieren. Der Mann, 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 der Mann. Und den Mann, der Mann, Genau, Das ist ein Good Dune da. Komm Leider, komm, Kommt! Das muss doch auch leer werden. Aber für den ist das heute bestimmt das höchste Spiel, was er pfeift durch in seiner Karriere. Leben! Kommt Leute! Kommt rein! Das ist alles das Basis-Beins-Logo. Das ging in die Einmischung. Das ist hier im Hintergrund. Das ist hier im Hintergrund. Achtung! Das ist keine Ahnung. Das glaube ich eher näher. Das ist der Bambus-Strauch da irgendwo drin. Du tust da Dinge rein und du drückst hier vorne durch. Das ist genau so gut. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Zeit! 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 Jetzt ist das noch mit den Einen reinfliegen. Kommt! Nee! Oh! Mann! Das hat ja auch nicht. Ich habe wahrscheinlich sowieso abseits gereist. Aber er hat sich natürlich auf dem Job und ich habe mir zu sagen, das ist eigentlich schon leer. Geht euch nach oben! Geht dann raus! Komm, Uli! Raus! Geht dann raus! Komm, Uli! Raus! Mach, mach! Mach, mach, mach! Mach! Mach, mach, mach! 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 Mach, mach, mach! Hey! Geht doch mal raus! Alles selber! Sonst spielt nur noch der Schierweg und der Stil. Raus! 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 Aber die gesamte zweite Halbzeit hat nur noch der und der Stil. Eigentlich ist es jetzt da... Das war das Frauenspiel, da war der Schnellsachsenplatz. Heute ist nur jeder langsamer. Hier vorne, hier vorne! Ich glaube, das hat heute einfach zu tun. Ne, das hier ist anders. Da haben wir einen eigenen Mann davon, der nur traben kann. Der nur traben kann. Siehst du, Job, das sag ich, vorne! In der Ufe! Schau mal drauf, das sind so lange Sachen. Die Kinder sind eigentlich vor. Raus! 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 Aber da hat er ja mehrere Stil. In den zwei Jahren... ...und da hat er noch einen Hektar geholt. Der Rittner noch ins Leben. In den zwei Jahren! In den zwei Jahren! In den zwei Jahren! Wo ist das denn schon? In den Dörern schon zu? In den drei Jahren? Nein. In den Rittner noch ins Leben. In den zwei Jahren! In den zwei Jahren! In den zwei Jahren! Das ist Rückpass! Hey, du Pflaume! Wer hat denn noch genug Leute mit dem Bauch anzunehmen? Lösi, du bist heute gewissermaßen wieder außen im Dienst, oder? Ich bin immer im Dienst. Okay, dann muss ich dich zurückhalten. Schiedsrichter, wie schon von Gürtel ausschrecklich zu meinem Tätigkeitsaufruf. Bist du ausschreien und provozieren, dann drüber richten. Wie das Bildpraktikum muss man noch machen? Scheiße! Wer wird gerade hier? Blöds aufs nächste Mal steht es in der Zeitung. Ja, ja, da unten. Der ist ein bisschen ein bisschen verstanden. Ich will nur nicht, warum ich da auf jeden Fall anquatscht, die sagten wir alle eben da beim Pokalhalbgenun, also, warum ich den Schwung auslegen. Das ist ein Heimspiel von denen hier? Hier? von solchen? Mensch ihr Pflaumen, da liegt einer! Das haben sie ja gemerkt. Das ist so was Rücken, oder? Komm raus, komm raus, komm raus, komm! Du brauchst auch Bein, du! Komm raus, komm raus! Dir zieh die Schuhe, weck sie die Flue! Hast du auch einen Befehler, dich mit mir zu reden? Komm, komm, komm! Wir müssen näher wandern, die Leute! Arbeiten! Ich denke, man kann es jetzt, dass der letzte Mal nicht trocken, gegen das ist. Ich sehe sie auch immer wieder gut. Komm, komm, komm! Wir haben im Spiel. Die mit den wunden Schuhen sind immer die schlechtesten. Ja, das sehe ich auch billig immer. Ich sehe es ja nicht mehr. Ich bin bei der Pläne. Hey, das ist richtig gut. Jetzt hat er hier den richtigen Schuh und dann hat er die Schuhe. Was ist das denn? Die ist der Brett. Zeige ich dir den Schuh! Mann, aus! Das ist uns der Egehalde. Der kann sie mit in die Oben schulen. Jetzt sitzt du. Komm, komm, komm! Und wo mehr investieren. Kommen! Mein Puh und ich kann nicht rausfiltern. Ich bin derjenige in der Drehsemaschine. Schön! Das war der richtige Schuh. Hat er mal was? 10. 3. Ja! 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 Aber nie, wenn du es ihm befiehlst. H.O.E. D.S.C. 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 Am besten finde ich eigentlich die Stadionatmosphäre. Dieser Blick hier. Stadion View. Helfen, wenn du zwei stehst! Wohl, Daniel! Wohl, Daniel! Der kriegt den E-Ball! Wohl, Daniel! Lasst ihn stehen! Wohl, Daniel! Wohl, Daniel! Wohl, Daniel! Wohl, Daniel! Zwei Minuten, drei Minuten, komm! Niko, gleich! Niko, gleich! Niko, gleich! Ja, Läumen lassen Läumen! Team, komm, Team! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Schön! Applaus Das bringt nichts, Niko! Das bringt nichts! Raus! 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 Geh mal vorne! Geh mal vorne! Joby! 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 Komm zurück, wenn du verlierst! Eine Minute nur! Komm, hier zurück, komm! Das ist richtig dumm jetzt! Ja, ja, ja! Nur Ball! Nur Ball! Geh mal! Geh mal! Hey, niemand! Schiri, wechsel! Wechsel! Schiri! 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 Wechsel! Schiri! Schiri! Arsch Husto! Wechsel! Wir haben Verletzung! Schiri! 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 Du kannst doch nicht, ich muss dir nichts sagen! Schiri! Wieso lässt du ja den Wechsel nicht zu? Dummes! Wenn man beim Eckball nie wechselt, Mensch, der ist ja behindert! Der ist doch richtig, der Schiri! Oh Gott, ey. Wir müssen den Mikrograd legen, dann muss der wechseln. Wechsel! Wechsel! Ja, Entbrauch! Juhu! Alleine, dass der was zu schreiben dabei hat, ist schon gigantisch. Oh, ey! Das gibt's doch echt nicht, ey! Du bist doch eklig, Digga! Auswechsel, Schiri! Wir wollen den Auswechsel, Schiri! Hey! Hey! Oli, hör auf mit dem Pfeil! Jamponsch gemacht! Wie war das nochmal? Raus! Raus! Jamponsch gemacht, ey, war schon voll gekümmt. Also, der Engel bist, den er mit Namen kennt. Schussdruck, ich wollte gerade sagen, seit wann arbeitet er bei der Sportart? Er arbeitet gar nicht. Nein, alles. Ja. Ja. Raus! Ver. Kommt, hier! Kommt! Kommt! Da sind wir hier! Kommt! Wir! Machen! Mann! Mann! Heu! 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 Hier vorne, Heino! Heine, Heine, Heine! Hey, Mark, du hast Hilfe! Jetzt leid doch mal ruhig! So, jetzt aufbauen! Heine, Heine! So, weiter, weiter, bleib doch dran! Du, du, Alex, du! Alles zum Schluss! Hey, hey! Ach, was? Was? Gut, okay, 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 okay. Ich zieh'n formalen Platz zurück. Man wird sich mal aufs Reflex ausgeben. Ich mag's für Nüsse oder was? Nee, jetzt geht's viel weiter, ne? Ach, jetzt läuft er! Ah! Ecke! Komm, komm, einer, komm! Also, ich dachte, er hat gesagt, die Schiedsrichter ist okay. Wer hat das denn hier hergibt? Ach, komm! Ach, komm! Nüsse, super, gehen Sie mal. Nein, das ist ja auch noch nicht so, nüsse, nüsse, nüsse. Das ist ein Drei zumachen dran. Gleich machen wir die zu machen! Rüber! Ich bin los! Ja, da ist er ganz vollständig. Ist da mit Immotion dabei? Ja, da haben wir schon geschlagen worden. Urball! Komm raus, raus! Komm raus, komm raus! Frank, komm wieder zu, Frank, wieder zu! Das ist so alt, sehe ich so. Viele spielen! Da habe ich auch mit dem 20er bezahlt. Schön! Eine vor, eine da hinten! Team! Komm Frank, komm Frank! Komm Frank, komm komm! Mach zwei, ne? Ich höre gerade, B ist das, Antion. Links radikal, Knisch! Das war's noch schaussisch. Weiter! Weiter, willingly! Zeit, Zeit, Zeit! Zeit, Alex. Weiter, Alex. Guter Ball. Komm, Heino. Komm, Heino. Schön. Verbreit. Druck machen jetzt, Leute. Ihr weitergeht. Komm. Kommt doch mal kurz. Gut, Alex. Weiter, weiter, Jungs. Nicht so. Weiter, Alex. An. Was ist denn, du? Komm raus. Komm, Stich raus. Komm, komm, komm. Verschieben. Vorsicht, Vorsicht, Frank. Gut. Jetzt, Frank, raus. Raus zum Ball. Das fällt eine. Überraschung. Nur mal, nur mal, nur mal. Komm raus. Gut, so. Jetzt warte dort. Kommt, Joby. Kommt, Joby. Kommt, Joby. Kommt. Nein, oder? Ja gut, das ist nicht passiert. Sehr gut, Team. Weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Spielen, spielen, Torwart mitnehmen, wenn das nicht geht. Kommt, die Verschiebe nach innen. Daniel, frei machen. Raus! Kampang, verlängert. Die Regener 4-0 an die Wand gespielt. Das ist das, was ich gesagt habe. Der versucht, das Tor für den DSC viel genau wieder, als ich angekommen bin. Zu einfach! Daniel, mitmachen. Komm vorne, Bewegung, nicht beide zusammenstehen. Gehen! Zeit! Sehr gut, komm, Daniel. Ja, gut so, Daniel. Okay, war okay! Die Mitte rein! Komm rein! Wir haben uns ein Passspielposter 1,50. Ich glaube, es ist ein Passspielposter 1,50. Ich weiß es nicht, was wir sagen. Aua! Komm, Joby, komm, Joby! Das kann nicht so sein. Das stimmt. Glück, dass er noch nie Gap gekriegt hat. Komm, Joby, komm, Joby! Das ist Schiri, jetzt schon Gap gekriegt. Hin, hin, hin! Komm, wieder rüber! Komm, wieder rüber! Hey, babe! Komm, wieder rüber! Ingo, Ingo! Komm, wieder rüber! Komm, 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 Frank! Mit, mit, Frank! Mitgehen! Wir schauen! Guck mal! Jawohl! Raus! Aus! Grün! Schabby, komm! Frank, das mitgehen, hast du gesehen, da kriegst du den Ball! Komm, komm. Wack! Komm, rückwärts! Wunderbar! Bitte, bitte, Frank! Wechsel! Weiter, weiter, Nico, komm. Komm, rund drehen, dann haben wir ihn wieder. Wieder keine Absicherung, nichts, null. Nur Ball, nur Ball, nur Ball, komm raus, Frank, raus, weiter, Frank, du gehst durch ihn. Sascha, haut um, genau, haben wir ihn, sehr gut, Frank, richtig, gut. Komm, komm, geht weiter, komm, jetzt auch um. Ach, wir haben, wir. Und drehen wieder, und drehen. Du machst die Runde in der Formel 1. Schießen! Jetzt mal einer drauf auf den 1! Wahl, Wahl, Wahl! Nur Wahl! Schön! Jetzt, Joby, jetzt! Komm, jetzt! Komm! Komm, der Steiner! Schön! Jawoll, Frank! Hey! Joby, gut, Joby, ruhig! Komm, der включert! Schauen! Komm! Tog, Tog, Tog! Schaut euch auf, nicht! Schade, schade. Sehr gut, Chobi. Raus, 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 raus! Spiele nicht! Geh mal dort in diesen Raum! Geh mit dem Ball! Geh mit dem Ball, Nico! Geh! Geh mit dem Ball! 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 Mach nichts! Zustell! Geh mit dem Ball! Hey, 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 Nico! Geh mit dem Ball! Geh mit dem Ball! Geh mit dem Ball! Geh mit dem Ball! Das stimmt dort vorne nicht. Jawohl, das ist deine Wahl, Heino. Ja, meine Tasche. Weiter, weiter! Heino! Gut, gut, weiter! Komm, steh zu Weg, komm, steh zu Weg! Das ist aber gut! Jetzt verschieben! Niko! Rüber! In der Wand! Nur mal! Rüber, Niko! Kampf! Oh Gott! Jetzt auf! Komm! Komm, komm, komm! Und jetzt, komm, außen! Weiter, Frank! Komm! Rüste! Sportklub! Rüste! Sportklub! Rüste! Sportklub! ... ... ... ... ... Okay, okay, okay! Das geht doch gar nicht! Das reicht doch nicht! Oh! Das geht doch gar nicht! Das geht doch gar nicht! Schon wurde Ansatzhinter. Ich bin sicher, dass es nicht geht! Alles vor, eine nach hinten, Nico! Wir halten doch den Fieber halt! Wir halten doch den Fieber halt! Wir haben doch noch was zu halten! Kann der mit drei Stimmen? Danke! A.O.E. D.S.C. A.O.E. D.S.C. A.O.E. D.S.C. Zeit! Spielen! 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 Schieben! Frank, bleib los! Schieben! Weiter! Schieben! Warte, warte! Schön! Wie geht's doch, komm! Komm Maik, weiter geht's! Raus, raus, raus! Lass sie da! Weiter, 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 raus! Komm Maik, komm Maik, schaffst du noch, komm! Bleib, eine muss bleiben! Schön! Schön! Jetzt kommt die Kiste! Wir haben einen, der, 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 der der, der 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 Weiter, du musst! Weiter, du musst! Halt! 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 Weiter, weiter, weiter! An! Ja, gerne! Gut! Lass mich gar nicht aus! Gut! Superball! Manchmal hat er so'n geile Abschluss, das hat's ja wieder so geklebt in dem Fall. Halt! 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 Hier kann man nicht nur, dass man nicht einfach zu spielen, Frank, raus zum Ball! Abseits! Abseits! Spiel! Komm, komm! Ritzel! Mike! Spannung! Applaus Hast du jetzt drei Wochen ohne ein Bürger? Ohne Bewegung! Raus mit Ball! Das geht doch gar nicht! Musst du mir noch ein Küsschen geben? Ja! 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 Das geht doch gar nicht! Das ist so ein Gefühl! Du musst ihm doch ein Küsschen geben! Sag mal, bist du so freundlich, dass du das für uns ein Deal antffest? Komm, komm, mit Winnie, mit Winnie nach vorne! Komm, Daniel, Daniel, Position! Bleib mal ruhig! Ich meine, wir haben eine Video-Kamera. Spiele, spielen! Hast du Freude? Genau! Nein, wir wollen das Spiel sehen! Wir sehen's doch! Weiter, Alex, lassen wir in Ruhe! Helfen, helfen, Winnie, komm, Winnie, raus! Wir schieben! Alles! Was? Was? Da spinnt bloß, oder was? Kann nicht wahr sein. Alex, ruhig! Helfen, Helfen, Helfen! Helfen, Helfen! Ja, ich stelle ... Helfen, Helfen! Helfen, Helfen! Ich bin, Helfen, Helfen! Ich stelle, dass du das Formulare eine beschwende Brüste geschaffen hast! Helfen, 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 Helfen! Ruhig, ruhig, Niko, ruhig, komm hoch. Ja, ja, gut. Bleiben wir ruhig spielen. Jawohl. Vorsicht. Jetzt. Wieder, schon wieder. Sehr gut, Frank, weiter so, weiter. Geh raus, geh raus. Zum Ball. Raus, 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 schneller, schneller. Halt zu Heino, komm, wieder herlaufen. Genau, sehr gut. Sehr gut, Victor. Komm, Winnie, vorne, Winnie, vorne, komm. Winnie. Komm, Daniel, komm, Daniel. Winnie, kannst du jetzt vorne noch gehen, komm. Komm, Winnie. Komm, Winnie. Komm, Winnie. Ja, gut, Winnie. Super Einsatz. Mann. Komm, Joby. Komm, Joby. Steck zurück, komm, Joby. Du Schnur halten, wenn man selber mal direkt sich öffnet. Mein Gott. Geht, Leute. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Einmal. Ich bin Spaß. Der zweite. Sehr gut, Nico. Komm, Nico. Komm, Niko. Komm, Niko. Komm, Niko. Komm, Niko. Niko, komm, Niko. Nur Ball, nur Ball. Deiner, deiner. Sehr gut. Jetzt, jetzt. Oh, die Leute. Oh, die Leute. In der Mitte. Du hast Platz. Du hast Platz. Passiert. Wir sind die Jungs. Und Club. Wir sind die Jungs. Und Club. Das geht doch so. Das geht doch so. Wir sind die Jungs vom Sportclub. Wir sind die Jungs vom Sportclub. Und wählen uns drauf was ein. Und wählen uns drauf was ein. Es kann nicht jedes Arschloch. Es kann nicht jedes Arschloch. Ein Friedrichstädter sein. Ein Friedrichstädter sein. Ein Friedrichstädter sein. Ein Friedrichstädter sein. Friedrichstädter Jungs. Friedrichstädter Jungs. Wir sind alles Friedrichstädter Jungs. Das ist ein feldeschen Kabin. Man, Blackout oder was? Es ist kein Tarko. Schön! Sehr gut! Nein! Ja, mach! Nein! Lasst mal vor, vor, vor! AOL! TSC! AOL! TSC! Bewegung, Bewegung! Niko Gehnein! AOL! 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 Scheli, guck mal, was der zeigt! Mann, Mann, Mann! Joby, Joby! Verlass den! Verlass den! Weiter, weiter geht's! Genug Zeit! Beide! Tremel! Beide! 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 Spiele an, spiele an, komm! Sehr gut, komm nach vorne, nach vorne, komm! Applaus Beallt ihr euch auch mal? Ich hab mich aber trotzdem mal aufregend dafür. Ich führte gleich, was? Ich führte und kümmig fünfter. Komm, Necker, komm! Komm auf! Sehr gut! Weiter spielen, spielen, ruhig bleiben! Genau, spielen! Komm, Leute! Komm und rückholen! Komm! Komm zurück! Weiterspiele, weiter ruhig bleibe! Lass vom Ball laufen! Vorne bewegen, Jobi! Komm nach vorne, komm nicht mehr, ich bin zur Mittellinie, nur vorne stehbleiben, komm! Mitgehen nach vorne, komm! Jobi, geh mit! Weiter Heino, weiter Heino! Jawoll, holen wir auf! Komm, hier, hier, hier! Alles, alles, alles. Mach dich frei! Sascha, Sascha, Sascha! Und spielen, und spielen! Ruhig, hinterm an! Genau, lasst den Ball laufen! Ruhig, bleibe, Niko! Genau! Komm, komm! Schön! Schön! Seid zu zweit, Leute! Oh, sei noch! Einer Beide! Und vorne bleibe, jetzt schon für Heino, vorne bleibe, Vini! Komm! Und spielen, 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 komm! Komm, komm, Jungs, komm! Haben wir genug Zeit, einfach ruhig bleiben und spielen! Hier, Junge! Niko, komm her! Niko, komm her! Niko, mach doch los! Wir bleiben schön, Heino, verdämpft den Ball! Heino, Fressor, Heino, ins Arme gucken! Kommt, Heino, ist nicht vorne! Heino, komm weiter, weiter! Komm, Niko, vorne, komm! Reingehen! Daniel, jetzt kannst du steh, vorne! Komm! Das sind so Geschichten, da rennen drei Leute hin. Arzt! Arzt! Seitlich, seitlich! Schön! Weiter, weiter, gut! Nicht verlieren, nicht verlieren, genau. Oh Leute! Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Zeit, schön! Spielen! Spielen, Joppy, spielen! Anbiden! Genau! Weiter, weiter, Niko, Ball nehmen, spielen! Kass! Komm rum, drehen, bleiben geht's, Jungs! Hint rein! Hint rein! Nachwinkflach! Ricken wir! Ich bin zwei Leute. Hinten! Los, go! Noch im Endeffeld! Wieder noch! Erraten! Kommen gegen! Raus! Frank, warte auf den! Vielleicht kriegst du etwas! Geh! 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 Du hast Platz, du hast Platz! Hint rein! Hint rein! Schöne! Mach's mal! Weiter, weiter! Ruhig, Sascha bleiben! Ruhig! Nimmst du Ball? Ernest! 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 Das geht schneller ohne Schiri! Komm, du schnach! Das Ding jetzt nicht mehr nehmen hier! Go! Vini, Alex, komm! Spielen! Niko, 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 Niko! Und auf! Geh, geh, Niko! Geh, geh, Niko, rechts! Ja, gut! Was willst du, Niko? Geh auf! Tief, Sechser, tief! Eins, der Basler, Everton, rechts! Komm, du zumal! Tief! Ah! Hey, Stimme! Hey, Gott, nix! Hey, ruhig, ey! Hey, ruhig, ey! Hey, ruhig! Geh auf! Schiri! Schiri, wegen falscher Scheidung kriegen wir ein Tor. Jetzt machst du wieder. Ja, hervor wir nicht die Stimme nehmen. Entschuldigung! Dann schau dir das! Ja, mach dir nicht! Dann schau dir doch noch ein Tor! Wenn man doch, wenn ich nicht in die Stimme nehmen bin, Er ist jetzt zu Ende und unten. Jetzt bist du etwas Katast und wir bitte der Registift. Es ist ein Tor, zu Hause, wo und hier Leute sind immer noch zu Hause. Ja, das ist ein Tor, jetzt besteht dann, Bleibt dann ein Tor. Da wie vorne. Das hat ja Antoine gehagelt oder was? Ich bin jetzt mitgebracht, Alex steht, Alex steht, Alex steht, guck mal, da kann man uns nicht verlassen, dass die drei Mann hat, die in der Bar geraten, wenn ich schon mitmache, alles zu und dann verkehrt, ich verstehe jetzt, zweites Schmelzer, die Tour. Komm weiter, spiele, spiele, komm Nico nach vorne jetzt, komm. Komm raus, komm raus! Nach vorne, komm Jobi, bewegen, nach vorne. Jobi, was willst du dort machen, Jobi? Vorne, Jobi, vorne, komm lang, lang, lang. Mh, mache ich. Spiele! Komm, Alex, da, Alex, komm rein, komm rein, rein! Einzelne, der abgewünscht, der nachzudenken. Komm, geht Jobi! Ja, klar! Nur Sänge zu machen! Los, gib mal bitte. Hier ist es egal. Ich bin da, ruhig! Alex! Ja, alles klar, gut. Hallo, Mann! �� Christoph! Ja, das werden wir wollen. Komm, rückwtill! Komm vorne, komm Alex, komm, komm Riech. Komm, Alex, vorne, komm, vorne, vorne. Bitte, bitte, schieb doch mal rein. Wie damals. Das ist lustig. Das hat sich angedeutet, wo der Zügel fängt. Genauso Dreck. Nico, gleich nach vorne. Vorne, komm, Victor. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Weißer, weißer. Maiser ist er es nicht. Die haben es heute wieder angemacht, um den Platz stattzuspielen. Komm, komm, komm! Spiel an! Helfen, wieder! Komm, choppy, choppy. Fangen, runter runter! Helfen! Der hat immer so lang schronziert hier. Ja, das ist schon mehr nach vorne. Andersrum! Schnapp mal damit. Ja, aber damit schlägt es sich umso besser. Und ich glaube, schneller ist es auf keinen Fall. Wir sind auf keinen Fall. Ja, aber voll. Jawoll! Zustell nur! Zustell! Jetzt keine gelbe Karte mehr, wenn die Merkungen stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.